hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dem mountain bis jetzt gefällt es mir echt gut da ich glaube wir gehen gleich mal in den dschungel oder gucken mal wo wir am besten dschungelleafs herkriegen dass das fuchst nicht dass da ich weiß nicht warum keine ahnung ob mein gedanke da passt weißt du weißt du weißt du was mich auch fuchst ist dass man da hinter dem regal die wand sieht da ist so kleinigkeiten immer eine aber zu der wand habe ich eventuell sogar eine idee hatte haben wir doch sogar in der tasche da am balken hin warte mal wir können hier wieder fenster machen sind wir dann da sind wir genau dahinter ist von draußen ist das auch gar nicht schlecht die zwei fenster eventuell wieder da noch mal balken und dann noch mal fenster da gucken wir mal da drinnen einrichten hier ist es ja das sieht doch ganz anders aus guck mal ja cool und das fenster kann man auch so lassen das ist durchaus durchaus okay wo wir dagegen gerannt gegen die ecke habe ich die scheiben noch ja das ist gar mal gebaut bei dem rest gucken war das fenster bleibt auf jeden fall auch bei dem rest gucken wir wenn wir den bereich einrichten das wird auch noch interessant ich habe nämlich noch keine wirkliche ahnung ich denke mir irgendwie hier eine küchenzeile die bisschen sehr groß wäre und hier in s bereich aber keine ahnung das hier ist ja der gemütliche bereich ja das ist echt für mich abgehakt würde ich sagen außerdem halt die kiste noch entweder verschieben oder weg ich tendiere echt zu weg wie viel ist denn da drin es ist verdammt viel ja drei braune teppiche wo in dem moment mal haben wir irgendwo noch viel viel mehr wo sind der rest aber die ja draußen was die ganzen teppiche wir hatten doch dann das deck mitgebracht und überall so bin ich gerade blind da ja wobei da könnten wir eigentlich mal ja der ist ja braun ich habe jetzt gerade gesagt hier aber nein nein nicht mit dem braun wenn wenn dann in grün oder so oder gelb die geld wird zu hell ist ja der sortiert ja super machen wir jetzt mal scheiß drauf ne er wird wirklich man weiß es nicht da habe ich mir jetzt was angetan verdammt hier ist ja platz genug da ist platz hier noch ohne ende die tue ich wieder in rucksack beziehungsweise hier rein dann ist ja gar nicht der rucksack das passt nicht alles chaos perfekt das hätte ich dann doch gerne wenigstens ein bisschen zusammen kann man das backen kochen whatever kann man beides große weil es große welchen haben wir denn hier den ist glaube ich der gelbe ne ja nee das passt schon auch wenn das überhaupt nicht gelb aussieht ist es irgendwie interessant wo habe ich denn die farben hier habe ich die farben und da habe ich auch farben ich habe überall farben warte mal machen wir das so und so hier ist auch farbe verdammt ja schön ausgedacht schlecht umgeführt umgeführt vor allem so das muss doch nicht unbedingt drin sein kann das da rein das kommt wieder hier rein wie viel eisen wir verbraten haben das ja unglaublich das war fast ein steck sagt kommt da rein ja haben wir doch einigermaßen zumindest also einigermaßen hier noch eine farbe drin das bau wäre 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 eine farbe wenn man strecken sie wieso noch einiges an blumen die passen aber nicht mehr da rein dann dass man das das haben wir nämlich hier so einigermaßen so passt doch alles gut so wo kriegen wir dschungel alter dschungel lief her so dschungel lief haben wir hier in der nähe dort ist so so sieht dschungel aus das wäre auch der nächste und der ist riesig das ist unglaublich da ist ziemlich weit weg ja entweder der dschungel aber dann können wir auch zum lager gehen das ist dann sogar näher und uns da ein zeppling holen das möchte ich nämlich jetzt echt ja ich möchte das jetzt dass ich das jetzt unbedingt noch machen möchte zum einen ist es in meinen kopf eingebrannt und zum anderen ich möchte gleich eine aufnahmepause machen bis zur nächsten aufnahme weiß ich das dann nicht mehr dass ich da eingebrannt hatte was ja nicht schlecht sein kann aber ich will es trotzdem wissen und von daher machen wir das jetzt dann kann ich das nicht mehr vergessen also im normalfall hätte man sich da jeden knochen gebrochen das also es leben hosen mit flügel so dschungel aber zufällig sogar dschungel lief natürlich nicht aber 62 sepplinge ich nehme mal fünf mit und dann gucken wir mal ab brauchen wir noch irgendwas neues eisen das wäre aber in der schmiede wir haben ja ein wahnsinns eisen verbrauch da das ist ja einfach nur wow und es wird schon wieder dunkel hallo ich wollte dass in dieser folge noch ausprobieren es ist aber 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 ja für die aber aber hat mir noch glas oder so das war hier aber da drin war das ja haben wir ja noch einiges also so ist das ja nicht so eisen haben wir hier noch haben wir hier noch sollen nicht das problem sein risiko ich will dann noch testen hoffentlich passiert jetzt nichts auf dem weg da haben wir doch die habe ich weiß nicht ob wir sie im lager haben das ist aber auf jeden fall die dritte die dritte hohe blume ich weiß echt nicht ob wir sie im lager haben warum seid ihr immer noch nackig schafe du auf dem baum ist klar aber das da oben ist er nicht so klar so euch würde ich jetzt rasieren aber da es dunkel ist verkneife ich mir dann doch wo lasse ich denn den dschungelbaum erwachsen verdammt und das sind dunkeln ich bin ich bin so ein held dass ich das jetzt unbedingt noch machen will das ist ich werde es bereuen wenn gleich ein creeper irgendwo hoch geht bei so das bohnenmiel hallo bohnenmiel 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 auch da habe ich eingetan gehabt jawoll so so wie bei der nähe kühlt bei einer nähe kühlt bei einer nähe nein aber da hinten wo platz wäre um den baum zu machen da ist dann natürlich wachs ja ich komme ja super dran das gibt es doch nicht so mehr brauche ich eigentlich nicht eigentlich den rest nehmen damit und die schäpplinge die da jetzt eventuell kommen sie mir egal sieht dass da sieht man jetzt ist es schon zu dunkel aber da sieht man was ich meine dass da so strukturen in den blättern sind woran man sagen könnte es ist eine blüte oder so es sei jetzt gerade aus als hätte ich ein sapling bekommen warum auch immer da ja macht jetzt nicht so den riesenunterschied aber ich finde es trotzdem ja ist trotzdem okay würde ich sagen aber weiß ich das bin ich in der aufnahmepause beruhigt bis morgen aż weil ist ich 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 ich